Parashotel. Nein, die Saison beginnt erst übermorgen. Gern, ich verbinde sie mit der Rezeption. Ich habe es mir nicht leicht gemacht, das wissen Sie. Das wissen wir alle. Wenn eine alleinstehende Dame, nehmen wir von 127, eine Flasche Champagner bestellt, dann will das gar nichts heissen. Verlangt sie aber ausdrücklich zwei Gläser dazu, dann heisst sie aufpassen. Warum? Sonst hat ihn sprach die Gantin. Geh jetzt, sonst wirst du nicht fertig. Im 134 haben sie einen zweiten Liegestuhl für den Balkon verlangt. Vergiss die Decken nicht. In meiner Gutmütigkeit, in meiner Dummheit! Ich habe mir eingebildet, das ist in deinem Koch. Aber dazu hat es verdient, die Charakter. Der Wein ist geschwädelt. Bist du verrückt? Er brennt die Magen. Der Wein ist göttlich. Bis übermorgen? Ja, das sollte dienen mögen. Gut, adieu. Guss.